Peace Leute, hier ist euer GZN1 und zwar mit einem kleinen Informationsvideo und zwar dass nächste Woche ein neuer Track von mir erscheinen wird mit dem Namen immer dasselbe und ja seid gespannt und tschüss und nicht zu vergessen hier nochmal mein Video sie sagen check es auf Kommissar liked und was euch einfällt und tja tschüss